moin moin ich bin euer flatti gestern abend war es soweit dieser kanal hat die 300 abonnenten geknackt und mit diesem kurzen video möchte ich mich bei allen meinen abonnenten bedanken ich hätte selber niemals gedacht dass ich überhaupt so viele abonnenten kriegen würde so als unprofessioneller youtuber ich mache ja meine videos ausschließlich mit dem handy bearbeitet diese auch mit dem handy und lad es auch mit dem handy hoch also ich bin überhaupt nicht professionell das sieht man ja auch an meine videotage ich habe nämlich gar keine ich lade die immer so nach lust und laune hoch je nachdem wann ich ein video produziert habe also ich bin sehr unprofessionell und deswegen ist es eine ehre für mich dass ich 300 abonnenten habe ich hätte gerne ein 300 abonnenten special gemacht aber irgendwie fällt mir gar nichts ein was einem 300 abonnenten special gerecht werden könnte falls ihr da irgendwelche ideen habt was ich da machen könnte schreibt es einfach mal in den kommentaren ich bin mal auf eure video ideen gespannt wie gesagt ich bedanke mich bei allen meinen abonnenten weiter habe ich jetzt irgendwie nichts zu sagen und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt wartet noch bis zum nächsten mal abonnenten pool